Hallo und willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Das kann nicht passieren. Nein, das kann nicht passieren. Tuchin muss gehen. Aber er muss nicht durchgezogen werden. Er muss sich selbst wegziehen. Er muss sich selbst wegziehen. Nachdem dann wird eine Wahl. Warum wird er wegziehen? Tuchin ist wie die Heroin. So far, er hat sich zu kontrollieren. Aber jeder, die sich als er macht, lebt immer auf der Brink des Abyss. Na, ich habe für die Qualität der Verkaufung zu verbessern. Und jetzt, du hast ihn einen Knut, über den Boden. Okay. Wie? Er ist ein sehr überwichtiges Mann. Hau Mai Songe. Er beschäftigt mit Fungshui. Er kann nicht mehr sein, zu haben, um die Verkaufung der Verkaufung. Und du willst mir... Mach sicher, dass seine Glück schlecht. Sehr schlecht. Okay. Ja, ja. Frauen sind gefährlich, man sollte sie nicht unterschätzen. Das ist kein Problem, Kind. Mrs. Jane, ich will Sie mit mir sprechen. Hey, du brach. Er hat mir gesagt, ich gebe dir Fungshui. Fungshui. A lot of people live by it. Fungshui ist huge in Hongkong. Glaubst du das? Ja. Ich habe viel Zeit Zeit über Gäste und die Supermachträume Und ich habe sicher, dass niemanden, die ich töte, kann mich töten. Du weißt, was ich meine? Ja gut, okay, da sind wir ja in der richtigen Adresse, ne? Haha, Leute, jetzt kommen wir ins Haus. Hoffe ich. Das ist zumindest hier davor. Das wäre ja so toll, wenn wir endlich an die Kamera und so rankommen würden. Okay, jetzt holen wir uns die Statue. Okay. Wie kommen wir rein? Weg in die bewachte Wohnanlage finden. Na hoffentlich. Ja, hallo? Wer ist das? Haben wir eine Verkaufung für dich? Wirklich? Mein Mann hat mir nicht gesagt. Er hätte besser nicht etwas schlusses aus dem Internet wieder gekauft. Ach was? Es ist nur 6 Spielzeug. Ein paar rosa Blüchketten. Okay, wir sind drüben. Station A, Kamera. Station B, Statue. Station 3, Mission. Echt mal. Du hast nie gehört von einer Grain-Massage? Wie eine Realität, nicht eine Sex-Massage? Es passiert immer so. Es passiert immer so. Es ist nur ein Profesional. Es ist nur ein Profesional. Also, wie ist das Geschäft? Ich bin ehrlich, dass ich das nicht mache. Ich bin verdammt. Wirklich? Was ist passiert? Ich habe einen Moment aus der Inport-Export-GIG. Wie ist das? Was ist das? Was glaube ich, du bist? Der Böse hat es raus. Wir finden ihn nicht bevor er kommt, und die Hände werden. Oh, verdammt. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Danke, dass wir hier durch dürfen. Wir suchen auch eigentlich nur die Kamerakonsole. Die hier um die Ecke sein sollte. Okay, die Kamera habe ich schon mal gefunden. Weil die Konsole noch nicht. Danach schaue ich mich jetzt erstmal um. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn die Mission vorbei ist, kommen wir hier auch gar nicht mehr rein. Und das wiederum würde heißen, dann wäre die Sache verloren. Achso, wir kommen von hier gar nicht weiter. Also müssen wir da rein. Die, 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 die. Es wäre ja schön, wenn wir alle Kameras hätten, ne? Die Kamerakonsole müsste auch hier sein. Ach, wir dürfen hier sogar drüber. Ach, da ist es ja auch schon. Leute, die letzte Kamera. Wir hacken sie. Zickezacke. Hühnerkacke. So, was haben wir? Wir haben die Null. Okay. Fünf. Sechs. Und ein Null. Und das Sieben natürlich. Ja, glaube ich es denn. Okay. So. Ihr Schweine. Okay, das war's. Und jetzt haben wir nämlich auch alle Kameras gehackt, Leute. Das war nämlich die letzte. Jetzt müssen wir nur noch in die Bude und die Statue holen. Dann sind wir hier auch einigermaßen fertig. So, jetzt knacken wir hier wieder ne Tür. So, rein in die Bude. Oh, ich hab's schon gesehen. Wie komm ich hier rein? Ich komm nicht an die Statue, Leute. Naja, vielleicht müssen wir ja Missionstechnik noch hier ran. Machen wir erst mal weiter und schauen, was geschieht. Es wäre ja schön, wenn wir alle bekommen würden. Aber nur fast. Den Glücksbringer stehen. Ah, jetzt müssen wir rein. Wunderbar. Okay. Wir sind drin. Ach, die Statue ist der Glücksbringer, na dann. Und dann wollen wir mal. Und dann wollen wir mal. Wo muss ich mich hinstellen? Ah, da. Los, 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 los. Oh, bitte mal vorsichtiger. Ja, das ist ein Flügel. Mann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was er mit ihm geht? Oder er weiß, dass unser Haus nicht sicher ist. Hahaha. Hey, jemand kommt. Wir müssen gehen. Herr Chow, ist das dich? Wer in der da? Was machen wir? Hübschen. Bleib ruhig. Hilfe! Bleib unten! Ich bin! Wer ist da? Hey, ist alles okay da? Sieht so, Herr Chao hat die größten Garten geblieben. Ich werde in die Hälfte holen. Willst du was? Du orderst Futter aus der Golden Koi? Ich werde sofort runter. Okay. Kaum gibt's Futter ist er weg. Sie sind weg. Komm her. Geht hier. Tu-Chin löst uns Geld schnell. Wir müssen schneller gehen. Aja! Da ist eine Kamera. Sieht so, wie wir auf der Kamera sind. Oh Gott, Hana. Ich weiss, wie jeder hat die Sicherheit. Wir hätten die Automatik sowieso schon gehackt, oder was? Oh, da kommt er wieder. Oh, da kommt er wieder. Oh, da kommt er wieder. Diese Karten müssen sie verraten. Ich hatte niemals eine Game like that before. Niemals! Oh Gott! 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 Woah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Können wir machen. Äh, ich muss einsteigen. Ah, damn, Wolf. Ich wollte immer einen dieser. Einen dieser? Wirklich? Ah, ja, okay. Schade Idee. Du bist ein strange Typ, Salty Krab. Danke. Das bedeutet viel, mich. So, na, dann holen wir mal ab. Tschüss. So. Kopperfahrung brauchen wir nicht, aber die Trianen-Erfahrung ist ganz nett. Miau. Aber fast die Hälfte zum nächsten Level schon wieder voll. Ja, bitte. Nein. Verdammt. Oh, Mann, das ist natürlich nicht gut. Was gibt's denn hier vorne zu tun? Ja, was ist los? Wer ist denn? Dr. Tang. Ich bilde TAC für den Sonn-On-Yi. Ich versuche unser neues Tracking-Device. Können Sie mir eine Hand? Was brauchen Sie? Ich habe den Tracker auf einem Testpackag gelegt. Ich brauche Sie, ob Sie ihn folgen können, als er nach den Säuren fliegt. Die Säuren? Ja, wenn es funktioniert, können wir Drogen und Schäden hierher gehen. Ja, sicher. Nein, ich brauche nichts zu tragen, das wird Sie verabschiedet werden. Du schraubst in, wo auch du bist, und holst es, wo du es brauchst. Gut, Kleintransporter. Ach, kommst du mit? Ah, nee. Signal folgen. Können wir gerne tun. Hier geht's lang, okay. Wo führt mich dieses Signal hin? Ja, es ist jetzt natürlich scheiße, dass der Onkel Poe tot ist, ne? Jetzt wird die Sache erst richtig kompliziert. Wir brauchen einen neuen Vorsitzenden und es gibt eine ganze Reihe Leute, die ich nicht auf dieser Position sehen möchte. Zum Beispiel unseren dicken Freund. Dann noch diesen Big Smiley, oder wie der hieß. Die möchte ich alle nicht da drauf sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Frau gerne da sehen würde. Ich würde mich gerne selber dort sehen, ne? Ein bisschen mehr Macht kann ja nicht schaden. Aber man weiß ja nie, vielleicht werde ich hier auch gar nicht gewählt. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei. Jetzt muss ich hier sogar durchs Wasser durchfahren. Wo die mich überall hinschicken. Wo soll ich hin? Hey, ich bin da. Ach so. Ja, ich bin gut. Ich habe eine Gefälligkeit erledigt. Touristenoutfit. Oh, ich bin aber kein Tourist. Ganz im Gegenteil. Ich bin der einzig wahre Bewohner hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Euer Lord Peter. Euer Lord Peter. Euer Lord Peter. Euer Lord Peter. Ich bin der